so chat also morgenroutine von arda ich steh auf regel nummer eins nicht nochmal wegdrücken handy oder nochmal auf die andere seite drehen zwingt euch direkt auf die bettkante hinzusetzen direkt hinsetzen nicht nochmal irgendwie ja hier bisschen da bis hin sondern direkt auf die bettkante hinsetzen das wasser habt ihr euch gestern abend schon neben die bettkante gelegt dann mindestens halben liter bis liter erstmal runter kippen dass der körper erstmal bisschen hydriert ist dann aufstehen sobald ich eigentlich das wasser getrunken habe drückt bei mir schon hinten dass ich ein ei legen muss dann gehe ich direkt auf toilette legt das ei toilette dies das dann zähne putzen kalt das gesicht waschen dann zimmer gehen anziehen let's go ab zum training achso nee und bevor ich ins training gehen nehme ich noch eine crank focus tablette koffein plus terni jetzt im gym nämlich noch krank pro für den pump und dann lässt so entweder nehme ich entweder nämlich krank beim pro oder ich trinke doppelten espresso wie ich lust habe ich habe mich jeden tag bock auf dem doppelten espresso manchmal trinke ich einen doppelten ich bin nicht so der kaffeetrinker ich trinke dann doch espresso und dann läuft schon roh Vielen Dank.